Ich muss mir dann gleich meinen Tee machen. Wieso, wo ist Scheiße auf deinen Tee, du Kokosnuss? Hä, Scheiße, ich kann nicht auf meinen Tee scheißen, Mann. Oh fuck, das schmeckt dann nicht mehr so gut. Motherfuckers. Fickt euch alle. Du hast doch mich betatscht, Philipp. Du mögst mich mehr. Oh, um etwas Gras zu holen, das findet ihr aber auch auf jeder Kuhweide. Ähm. Applaus für diesen wunderbaren Jock. Nein, hallo geil. Motherfuckers Q 3.5. Oh, was sucht Q. Mit Updates. Die, die habt ihr bei den gesehen, bei Philipp. Jetzt steht hier die Pakt für dich. Bitte, bitte, bei mir. Nimmst du auf oder nimmst du auf? Ich nehm auf, glaub ich zumindest. Soll ich jetzt wohnen? Oh, heiße Lady. Tschüss. Oh, heiße Lady. Mein Charakter hat so wunderschöne Augen. Nicht so schön herausleuchten. Ja, guck, wenn du nur die Augen siehst, dann sieht es so viel schöner aus. Ich hab auch nur solche rote Augen. Was, Philipp? Äh, ich war zu konzentriert auf dein Charakter. Was hast du gesagt? Ja. Er schießt. Mann. Komm mit, ich zahl 50 Euro. Komm mit. Da kommt. Da kommt. Oh, wie ist das? Weggeramft. Da warte ich. 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 Und dann wird ganz kapiert. Wie? Ich fahr nicht. Okay. Alle nehmen Abkürzung, okay? Ich nehm mit. Aber ich nehm besser. Ich kann nicht umdrehen, weil... Ich fliege. Ich rutsche. Ich hab die Abschreibung verpasst. Was ist das für ein Auto, was du da hast? Ich bin nicht im Ernsthaus. Weiß, Antoni, ich fahr dem Navi nach, was mach ich? Abkürzung. Du fahr dem Navi nach. Das sieht nicht aus wie das Navi. Für mich schon. Oh, scheiße. Wir legen 50% nur auf den Kopf während der Fahrt. Oh, was ist das? Hallo. Ich hab mich lange weggemacht. Klar. So, alle paar Minuten sehe ich Niklas an uns vorbeifliegen. Das stimmt. Motorradfahrer. Voll verfehlt. Danko. Was du meinst, ist die Gelände, man? Anton, stopp! Das war die Nase. Ja. So, ich steig dann mal aus. Ich geh zu meinem Punkt. Anton, komm jetzt. Hä, ich möchte. Nein, ich komm jetzt raus. Ich. Danke. Ich steig dann. Ich warte nach Anton. Ja. Ja. Anton, die Jungs darf streiten. Anton, fahr jetzt. Fahrer. Ich bin einer. Dann können wir jetzt aufhören. Ich bringe uns weg und wir machen das nochmal neu. Wir machen das nochmal neu. Okay. dafür ist dann anton bei der hauptmission der schütze dann die autobahn autobahn wo ich markiert habe ich bin tot auch der abgebilden hat und ein der der er war mir mit dem durch wollen wir in die militärbasis springen okay ich war mir recht was wirklich ich hab auch da ja los geht's okay ich mache die abkürzung aber mein gott abkürzung wuhr rechts das ist ein flutschner wenn wir kommen wir hier draus die hilfe Ich glaube ich stecke, ich stecke. Ja, ich stecke. Hallo, kann ich mit dem Ausfahrt? Geht mal weg. Ich muss hier jetzt mal rauskommen. Au, ich glaube ich werde gemacht werden. Brauchen wir beide? Ja. Dann ranzig mal. Hilfe? Haltet mal. Halt es mal. Ich hol mir mal ein Kürzelauto von der Straße. Halt es mal. Nein. Aua. Dann schnell werde ich mir so... Ich bin Idiot. Ich habe mir mal gemacht was anderes. Ich bin schon sagt, ich hol den Auto von der Straße. Wer ist denn hier drin? Ah, war der Fitt stehen gewesen? Nein, vielleicht. Ich bin schon in der Straße. Ich bin schon in der Straße. Der Schmerz besser. Ich bin schon in der Straße. Dann geh ich mir ein wenig weiter nach links. Ich bin schon in der Straße. Oh, jetzt geht es mir. Ah, wie du jetzt hier? Aha? Ich fahr mal. Ich fahre mal. Ah, ich heng mit meinen... Oh danke. Ich bin mit meinen Antriebsreifen hängen geblieben. So los gehts. Wir haben 5 Minuten Zeit, wir haben 3 Minuten verdröselt. Keine Militärbahn. Fertig aus. Leider. Ach man. Ja jetzt kommt die. Das hab ich gesehen. Hallo. Das heißt Anton ist vorne, ihr seid in der Mitze. BIST DU? Ja im Konten. Ich hab gar nichts verloren. Du dir. Ihr nehmt noch einen Passanten mit. Ich nehmt noch ein Leben. Ich nehmt noch ein Leben und ich hab noch einen Strich neben übrig. Du weißt das. Ich auch. Ja dann hört auf. Blödsinn. Wie cool ich eingepasst hab ein bisschen. Ihr müsst den Technical abliefern. Ja. André eh schon. Ja Anton ist nicht dumm. Anton muss um sein. Oh nein. Na oder? Oh nein! Nein, das ist so dumm. Ihr seid so dumm alle miteinander. Oh du bist so ein Voll Depp. Warum steig ich überhaupt rein? Ich bin nicht eingestiegen. Ich bin mitten im zwischen den 2 Trucks gewesen du Depp. warum fährst du so zurück weil ich abholen muss er kann auch selbst laufen du aber ich muss hinten um abhaken bei jungen ach maa was du bist so ein depp danke gg batu toll gemacht hast du dich ja ausgestiegen gleich im Ballert herum noch einmal dankeschön ich war nächstes mal noch mal raus zu fahren als nächstes lieber es wird kein nächstes mal geben das ist das letzte mal das kann ich mir jetzt schon sagen irgendeiner steht und das werde ich sein hm oder hier schießt jetzt mein auto an das fängt jetzt an zu brennen und explodiert 5m davor ja weil das braucht wirklich schon die hören einfach nicht drauf aus ich glaube wir wie ein déjà vu vor haben wir hier keinen unfall gemacht nein bis du da hast du dich ein bisschen abgeändert ja ich fall ich folge der Radarspur ihr macht alles los ich will das nächste Mal auf das Auto drauf gehen hier kommt eingeparkt so nicht runter doch jesus christus die löschen schnell rausgehen wollen wir gleich die letzten Mission auch noch machen oder was machen wir hier auch ich glaube nur ich mal schlaf kein nerll dar plein da machst du schon so den aufges molds eisi ich habe das ist rod's varte alle gehen weg ich bleibe ja ein stück noch kein platin der der am leben die ganze zeit am leben bleibt außer vorher gerade noch weil ich überrollt wurde und selber und der am besten angeschossen wurde das war's mit der folge oder ja ich habe keine lust mehr